Ich liebe das, dass sie das nur wissen. Ich liebe das. Ich brauche einen Trainer, weil ich das beurteilen kann. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, wie er kämpft, wie er fightet, wie er mit der Mannschaft arbeitet, wie er sich vorbereitet. Das zeigt mir aber auch die Qualität seiner Antennen, seine feinen Antennen, die er hat. Er ist manchmal ein bisschen gereizt, das ist gar keine Frage. Mir ist das aber sehr recht, weil er extrem fokussiert und extrem konzentriert ist.